Hallöchen, ihr Barnausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Zivilisation Nummer 6 mit dem lieben Arno Ollig zusammen, hallo? Moin! Und mit dem lieben Schwammbäu zusammen, hallo? Mahlzeit! So. Ich werde jetzt ein Zoo erforschen. Ein Zoo? Ja. So, was wir denn? Ewig lang da. Viel Nahrung, keine Produktion. Da rennt der Beethoven, ist die Gegend, ich glaub dir nicht. Da rennt er, der Ludwig. Lauf, Ludwig, lauf. Verliere kein Ohr, war der nicht mit dem Ohr, mit dem halben? Ne, das war das, was du denkst. Doch, 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 doch. War der nicht den Beethoven? Ganz klar. Verliere nicht dein halber Ohr unterwegs. Ändern gleich das Ganze. Ja, eben. Hast ja noch ein zweites, das ist halt so schlimm. Also, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber das ist mit. Ich bin besser, war es nicht so sattelfest, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall ein bekannter Musiker von früher. Ja, oder war es Mozart? Ich weiß nicht, ob das, ähm, ja, kann auch Mozart gewesen sein, oder Wagner, oder was auch immer. Nein, nein, Wagner war es nicht. Ich meine schon, dass Beethoven war, aber... Mozart könnte aber auch sein. Ist doch egal. Einer von denen. Ich weiß es nicht. Einer von denen, die schon ein paar Jahrhunderte tot sind. Mehr Wohnraum, mehr Wohnraum, mehr Annehmlichkeiten, mehr Annehmlichkeiten, mehr Wohnraum. Mein Gott. Mehr Lust? Ach, das war dann halt. Bringt euch an die Katze los hier, ey. Geht doch, meine Herren, ich hab gedacht, ich krieg den Blödmann noch nie kaputt. Die ist doch nicht so fassend. Gott, ich mach drei Kreuze, wenn die ganz ein paar Bahnen überlegen oder was sind. Boah, ich hab jetzt, weiß nicht, wie lange gebraucht, einen blöden Panzerfaustschützen da flach zu machen, ey. Oh, Leute, das ist ja schon... Erlaubt ihr, das ist ja schon ein Grund, mehr Städte zu bauen, dass die Barbaren nicht misspornet? No. Nee. Man kann natürlich... Hier ist heute unter Reihe. Ja, zu mir hat in Athen eine Universität geboren. Schau mal, einer guck, wa? Hm? Schau mal, einer guck, wa? Du krieg, Lutz. Na komm. Läh. War ja klar. Ach, die Sprachgewandtheit von ihm ist aber so... Boah, der ist... Echt, die Empathie von dem, die ist so, hat schon gut, ey. Die Rhetorik. Rhetorik ist er, glaube ich. Also, da haben sie sich, da haben sie sich, bei der Sprachausgabe ist nämlich richtig Mühe gegeben. Ich glaube, das ist die letzte Stadt von dem hier. Welche denn? Aleppo? Ja. Oh. Der Kampf um Aleppo. Jetzt nur hier... Ächtlich von jetzt... Wollten wir nicht politisch werden? Der Kampf um Aleppo. Ist die östlich von Genf? Ja. Ja, nordöstlich. Ja, ja. Da war jetzt halt für den Gebur... Für der Geburtskette. Ja, genau. Und natürlich direkt an der Küste, wo ich natürlich supergeil mit meinen Einheiten stehen kann, nämlich nicht. Ein paar Barren nähern sich. Wo denn jetzt wieder? Da-da-da. Ah. Wo denn? Da. 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 Oh. Da bin ich genial. Komm mal ab. Geh mich. Geh mich, du Stück. Da. Ja, wir haben ja auch die... Das wäre so... Die, 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 die... Ja, da. Das ist so was genial. Ah. Was denn so denn? Das kann ich jetzt so nicht sagen. Weil das schneide mir ins eigene Fleisch, wenn ich das jetzt... Ah, sehr schön. Wow. 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 Okay. Aber ist egal. Äh. So, du. Geschützt ist. Äh. Ja, ne. Ist egal. Äh. Ja, ne. Vielleicht doch noch... Wieso ist das jetzt weg? Ah. Okay. Ich brauche noch kurz. Ich muss meine Politik schnell ändern. Äh. 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 ich habe eine dördung China hat in Guangzhou eine Kanalisation gebaut. Gott sei Dank. Endlich zieht der Gestank mal ab. Ja. Was für ein Gestank? Soweit ist die Sumerien doch gar nicht ins Lande sind noch die Forderung. Mir. Denkst du? Ja, ich weiß es. Ich hätte dich nämlich schon am Arsch, wenn das auch gewesen wäre. Denkst du? Ich hoffe es mal, ja. Lass mich doch in meinem Glaube, oh Gott, Mensch. Ja, ich würde dich auch von deinem Schwabo und Nismus gar nicht abbringen. Wie heißt das? Schwabokan? Wie hast du deine Religion noch mal getauft? Schwabokanismus, oder? Schwabokanismus, genau, okay. Oh, da sagst du was. Ich könnte euch mal wieder ein paar Dinge ausbilden. Boah. Wie heißt es denn? Einhaut bin wühlisch wie viele. Ach, schon wieder Einnehmlichkeiten. Wir gehen mal langsam auf den Zeiger. Wisst ihr das eigentlich? Ja. So, du bist wieder ready to go. Jetzt hol den Zeiger da unten. So. Und jetzt brauche ich was. Jetzt wollte ich... So, du bist. Tschüss. Tuh, 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 tuh. Um. So. So. Bitte warten. Der nächste Gesprächsteilnehmer ist gleich für sie auch erreichbar. Der nächste freie Mitarbeiter wird sich um sie kümmern. So. Halbe Stunde später. Der nächste freie Mitarbeiter wird sich um sie kümmern. Oder wenn du von einem zum anderen weitergestellt wirst. Der nächste freie Mitarbeiter wird sich genauso verarscht wie der erste. Ja. So, Freunde der Sonne. Ja. 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 Das war schon wieder. Oh man. Aleppo, Aleppo, Aleppo. Wer macht nicht gerne Urlaub in Aleppo? Das garantiert Bombenwetter. Tja. Granatestimmung. Entschuldigung. Das schönste, du kriegst ja momentan ziemlich billig. Scheiße. Boah. Scheiße. Boah, nee. Das ist ja nichts. Oh man. La, 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 die, la, la, lii,la, la, lanna, la, lanna, lanna. Okay. So. Du. Uh. I don't know. I don't know. Just know. Uh. They won't focus on. Uh. Need to push. We did. We did. Ok. Uh. Uh. Ja, ich hab's da. Do. 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 Ja, in der Provinz auch mal der Kanalisation, das ist schön. Ja, die bei den Korinthern, ehrlich ey. Dann brauchen sie auch nicht mehr im Flusskappen. Ja. Ihre Korinther. Ja, genau, ihre Korinther im Flusskappen. So. 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 Ah, sehr gut, du. Nein, du hast keine Aufladung, wir schließen. Wie nochmal Einheit. Ah, du. Ah, du. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Immer sagst du so komisch, das Alter. Nein, ich weiß. Ah, ich weiß nicht, wie sie den Ball sind. Klar, money, money, money. Money, money, money. Must be funny. In their annuals world. Globably. Produktion wählen. Die Börse ist fertig. Wir beginnen jetzt. Oh, du. Ich weiß nicht, wie sie ist. Das soll jetzt. Wo, lange nicht mehr? Ich bin Salo. Ich weiß, was sie sind. Ich bin ich. Oh, das ist da. Ich bin es. Ich bin es. Ich bin es. so ja die wünschen was ist die das kann man ding 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 barrio schon mal zum dritten mal das ding hier mal drehfelder wird schärft china hat in linds hier eine wassermühle gebaut das wüsste ich aber china handelt mit arabien schon wieder das ist aber auch arabiens letztes abend mal gerade hier oder ich glaube auch das wird nicht mehr lange dauern ich lasse ihn doch noch ein bissel ne 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 Ja, das kann ich doch nicht machen. Doch. Zaladin wurde besiegt. Das ist aber schade. Ach, hier haben wir die größte hier. Boah, einen großen Admiral, den brauche ich unbedingt. Hallo, was ist mit dem Kack-Admiral? Ja, ich würde sagen, wir können die Folge mal beenden. Schon wieder, das ist ja gerade 21. Na gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es schaut auf jeden Fall nächste Folge, wenn es weitergeht. Bis dahin, bleibt mir gewogen, oder uns gewogen. Hinterlasst die Bewertung in den Kommentaren, schaut bei den zwei Jungs auch auf dem Kanal vorbei. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Tschüss. Jetzt hat der Tick Schnitzel meinen Campus zerstört. Tschüss. 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 Vielen Dank.